Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier sieht es aus wie in einem Saustall. Ich habe gerade noch ein Video für euch gedreht. Ja, ich drehe meine Videos auf einem Bügelbrett. Und jetzt gleich fahre ich auch schon nach Köln. Denn heute Abend ist das NYX Store Opening. Also erstmal das Pre-Opening. Und da kommen erstmal ein paar hin und dann gibt es ein ganz tolles Dinner. Und wir sehen als allererstes schon mal den ersten Store hier in Deutschland. Ich freue mich riesig und morgen gibt es ein Meet & Greet. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal wieder mit und filme einfach so, was abgeht. Okay Leute, Stress Level 3000. Ich bin gerade erst angekommen und wir haben einfach mal 10 vor halb. Und um halb muss ich schon unten sein. Also muss ich mir jetzt ganz, ganz schnell fertig machen. Ganz schnell um 10. Ich zeige euch aber trotzdem natürlich vorher noch eben kurz das Zimmer. So. Was ist denn hier eigentlich? Ah, okay. Ich habe ein bisschen selber noch gar nicht geguckt. Also es ist alles schon was älter. Das ist nämlich in Köln in so einem Wasserturm. Und so sieht das Ganze aus. Waschbecken. Und dann hier. Hier ist einfach das Waschbecken. Noch eins. Richtig komisch. Weiter geht es dann hier. Ist so ein kleiner Aufenthaltsraum. Also so ein kleines Wohnzimmer, sage ich mal. Mit Fernseher, Kaffeemaschine. Und dann geht man hier durch und da ist dann das Bettchen. Und ja, ich sollte mich auf jeden Fall jetzt mal fertig machen. Denn so kann ich schlecht zu diesem Event gehen. Also sehen wir uns gleich. So, ich bin ready. Falls ihr überhaupt irgendwas sehen könnt. Es ist schon ein bisschen dunkel hier. Und ich gehe jetzt auch direkt runter. Und dort unten warten bestimmt schon die anderen. Ich bin schon etwas zu spät. Wie mit Särken. So. Alle im Aufzug. Hallo. Wir sind einfach im Partner. Ernsthaft. Ernsthaft. Oh, mein Handy klingt. Ah. Erstmal 3.000 Jahre ständig schlafen. Hast du die Magdreie? So. Hallo. Kann doch nicht. Jetzt. So, wir gehen jetzt los. Oh mein Gott. Ich schluss. Wir hatten beim letzten Mal schon so einen ganz tollen Tisch. Oh mein Gott. Das war super. Oh mein Gott. Wir hatten so schöne Gespräche. Kein Kommentar. Und wir sind fast komplett mit dem gleichen Tisch. Das machen wir heute nochmal. Das müssen wir heute nochmal machen. Oh mein Gott. Okay. Übertreibt dir. Wir kriegen halt gleich einen pinken Hammer. Was geht? Nix hat mal wieder einen rausgehauen. Und da ist noch ein Weißer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Dazu gibt es noch eine geile Story. Bella, weißt du wie lange an Ellie die Jack-Jakke schon ist? Ich war mit Bella und Ellie in Los Angeles. Nein. Von da an hast du die Jacke. Schwester, lebt die Jacke noch? Ich hatte sie nicht mal an, okay? Oh mein Gott. Ich bin mal ein Küchchen. Oh mein Gott. Ich bin mal ein Küchchen. 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 Los geht's. Die Party geht los, Leute. Okay. Ich muss hier erstmal lebendig reinkommen. Um Gottes willen. Um Gottes willen. Guck mal, ich kann hier fast aufrecht drinnen gehen. So groß wie ich bin. Ja, geht bei mir auch noch gerade so. Oh mein Gott. Okay. Okay, Leute. Das ist echt geil. Wuhu. Oh. Ich bin mal ein Küchchen. Wie toll! So, Sarah und ich, wir versuchen schon uns jetzt Produkte auszudrücken und bei mir sind natürlich nur wieder äh, Laplos, Lapläne, ja das gleiche ist bei mir auch. Vor allem, ich war ja in L.A. und ich hab schon diese ganzen neuen Produkte ausprobiert und ich hab auch schon ein paar bekommen und ich bin richtig überfordert, ich weiß gar nicht, dass ich nehmen soll. Aber denn diese Mette ist dann auch heftig, wenn du so Mette jetzt magst, das ist ein bisschen krank. So, wir sind jetzt eine Etage weiter hoch gegangen und wir müssen noch eine hoch. So, wir werden jetzt gleich rausgehen und wir werden dann endlich essen gehen und es gibt Burger! Endlich! Weißt du was du nimmst? Und hier ist ein ganz ganz kniehle Sachen. So, wir sind jetzt bei Burgerlichchen. So, wir sind jetzt bei Burgerlichchen. Und wir haben einfach das ganze Ding für uns alleine. Also, Nix hat einfach das ganze Ding gemietet. Also, das alles. Gute Morgen Leute, meine Augen sind noch winzig. Ich muss erstmal wach werden und wir gehen jetzt frühstücken. Ich habe gestern nicht mehr geblockt, weil ich es vergessen habe. Ich habe es einfach vergessen. Ich bin einfach in mein Bett gestiegen, habe ein Video geschnitten und bin dann einfach eingeschlafen. Naja, Marvin, Tara und ich gehen jetzt unten frühstücken und dann fahren wir auch schon zum Nix Store wieder. Denn dort gibt es ja jetzt ein Meet & Greet und ich freue mich so sehr. Das wird richtig cool. Und eigentlich habe ich mir voll das krasse Outfit mitgebracht. Aber kennt ihr, wenn ihr es dann plötzlich irgendwie nicht fühlt? Also, ich finde es richtig geil, aber ich hatte absolut keinen Bock drauf. Es war so unschillig, weil es halt auch so ein bisschen Crop Top mäßig war. Und jetzt habe ich einfach meinen Pulli angezogen, den ich eigentlich für die Heimfahrt tragen wollte. Aber ich habe so eine Skinny Jeans an und ich habe hohe Schuhe an und ich denke, die werten das alles ein bisschen auf. Aber ich muss mich auch wohlfühlen gleich, wenn ich mit euch abhänge. Ich bin auf Diät und werde nur das essen. Nein Spaß, ich bekomme noch ein Omelette. Jetzt noch alles normal. Alles beim Alten. Und der Mann Naga ist auch da. Und hier wurde schon eine schöne Fotowand für uns aufgebaut. 1 Oh, wie schön. Die Armen, ey. Jetzt sind sie im Netz gefangen. Wie geil. Oh! Oh nein. Die könnten gar nicht wieder rauskommen sollen. Hi. Ok. Bye. Bye! Na, ja! Hallo. Hallo! Weißt du? Hallo! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So, ich bin auch schon wieder zu Hause, es ist schon dunkel draußen und die Denise und ich, wir werden jetzt noch ein Video drehen und zwar ein Fragen-und-Antwort-Video. Da habe ich euch eben schon nachgefragt, ob ihr irgendwelche spannenden Fragen für mich habt und das werden wir jetzt schon drehen. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat, wenn ja, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben oder mich abonnieren und jetzt sage ich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!